Hallo meine lieben Zockfreunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim! Ja, ich habe ja schon lange nicht mehr für euch gezockt, nur muss ich hier mal die Karte anschauen. Ok, wir sind hier noch im Markkart, da oben ist eine Schmiede. Ok, dann schauen wir uns hier mal die Quests an. Krone. Machen wir mal das! Ähm... Da den Anführer. Und dann zur Diebesgilde. Ok, ähm, mal kurz überlegen. Ja, ja, machen wir das mal. Erledigen wir hier mal! Ach, total vergesse, dass das hier die Scheiße ist. Ja, 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 schon gut, schon gut, kommt mal hin. Ich kann euch meine Macht noch nicht einmal vorstellen! Okay. Dann hör das ganze Zeug. Schau, was die hier. Einsammeln. Können wir alles gut gebrauchen. Zwei Eisendolche. Zwei Eisendolche. Zwei Eisendolche. Zwei Eisendolche. Zwei Eisendolche. Zwei Eisendolche. Ok. Dann suchen wir mal den Obermagier. Ich hasse Magier. Die kann ich sowas von nicht leiden. Hier scheint der Anführer irgendwo zuhause zu sein. Hier noch wer? Ne. Da noch wer? Da hat's noch Wein. Was war das? Komm schon. Ok. Neue Zauberbücher. Meine Tragkraft ist bald am Ende. Ich habe ja irgendwie die Mausempfindlichkeit darunter gestellt. Ähm. Ja, müssen wir kurz hier warten. Eine kleine Pause. Falscher Knopf. Auf. Ok. Hier wäre ich auch schon wieder. Da habe ich die Störung einigermaßen behoben. Und nun gehen wir hier mal schauen, ob wir da den Obermagier finden. Hier rein? Da war er aber ja nirgends. Ah, dahinter wahrscheinlich. Ok, die Tür ist verriegelt. Die Tür ist verriegelt. Ok. Ok. Und dann gehen wir hier. Über den Wachtturm. Hier. Ne. Nee scheint nicht zu gehen ist hier noch was, was wir... Nee naja, wisst ihr was ähm, ich weiss nun hier auch nicht äh, wie ich da reinkomme dann machen wir es mal anders, dann machen wir zuerst diese Quest hier Moment mal Quests So, nun mal diesen blöden, beschissenen Abzug Okay Mal die schauen Das haben wir Raimunds Halle Schweigen Vermisst Tee Okay Wo war denn nun die andere? Machen wir mal das hier Na Auch am Arsch der Welt Was haben wir denn sonst noch? Ja Ja